Ducky the Duck, kurz Ducky genannt, legt auf den Weiten des Ozeans eine Pause ein und damit sie nicht untergeht, verpasse ich ihr als Sicherheitsbeauftragter lieber noch fix ein paar Schwimmflügel. Besonders gerne mag sie es, wenn es schön ruhig und ausgeglichen ist, aber die Gesetze des Ozeans schreiben manchmal eine andere Geschichte. Am Anfang ist Ducky noch ganz cool damit, aber irgendwann hat sie einfach die Schnauze voll. Also sucht sie sich, den nächstgelegenen Swimmingpool am Festland in der Hoffnung Ruhe zu finden. Womit Ducky aber nicht gerechnet hat, der Eigentümer des Pools ist gerade mitten im Reinigungsprozess. Zuerst wird Wasser abgelassen und anschließend der Pool vollständig gefüllt. Wie schnell sich der Wasserstand im Pool verändert, das können wir durch eine Größe beschreiben, die wir Zuflussrate nennen. Mit welcher Geschwindigkeit fließt Wasser in oder aus dem Pool, angegeben in der Einheit Kubikmeter pro Minute. Ist die Zuflussrate positiv, vergrößert sich die Wassermenge im Pool, für Ducky geht's nach oben. Ist sie jedoch negativ, dann wird Wasser aus dem Pool abgelassen und Ducky sinkt mit nach unten. Wenn man die Zuflussrate mit der Zeit abträgt, entsteht der zugehörige Graph, aus dem wir heute einige Informationen rekonstruieren, wiederherstellen wollen. Zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt im Pool am wenigsten Wasser enthalten ist. Oder zu welchem Zeitpunkt die Wasserzunahme am größten ist. Wir gucken uns gemeinsam an, welche Bedeutung dieses Integral und der negative Zahlenwert auf der rechten Seite haben. Und na klar, den eigentlichen Bestand, das Volumen V im Pool, das werden wir ebenfalls rekonstruieren. Wir werden uns anschauen, wie die Zuflussrate genau mit der Wassermenge im Pool zusammenhängt und Ducky auf seiner Reise im Pool begleiten. Das alles ausgehend von einer einzigen Gleichung, nämlich der der Zuflussrate, beschrieben durch diese Funktionsgleichung hier. Wie das alles genau funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Bevor wir aber starten, es ist ein ziemlich langes Video geworden, was hauptsächlich an den ganzen, sagen wir, coolen und endenfreundlichen Animationen liegt. Aber in der Hoffnung, dass genau diese Animationen dein Verständnis fürs Rekonstruieren auf Vordermann bringen, investieren wir lieber gemeinsam etwas mehr Zeit. Falls du dennoch von Problem zu Problem springen möchtest, schaue einfach in der Zeitleiste in den Timestamps nach. Da gibt's für jedes der vier Probleme einen eigenen Abschnitt. Beginnen wir mit dem Zeitpunkt des niedrigsten Wasserstandes, den du zuallererst am Graphen erkennen musst und dafür genau zwei Möglichkeiten hast. Entweder du gehst über das Vorzeichen der Zuflussrate oder aber über die Fläche, die der Graph mit der x-Achse einschließt. Starten wir mit dem Vorzeichen und bringen Ducky nochmal auf seine Startposition zurück. Wie in der Einleitung bereits erklärt, ist die Zuflussrate negativ, dann wird Wasser aus dem Pool abgelassen. Das Volumen V im Pool sinkt selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist die Zuflussrate positiv, so wird Wasser in den Pool gepumpt, für Ducky geht's nach oben. Am wenigsten Wasser ist sicherlich genau dann im Pool, wenn vorher Wasser abgeflossen ist und erst später wieder neues hinzukommt. Im Prinzip suchst du also den Zeitpunkt, für den sich kurzzeitig nichts ändert, die Stelle an der die Zuflussrate Null ist. In der Funktionsgleichung der Zuflussrate musst du also nur die linke Seite durch Null ersetzen und die zugehörige Gleichung lösen. Das Produkt auf der rechten Seite wird natürlich genau dann Null, wenn bereits einer der beiden Faktoren Null ist. In der Gleichung mit dem E-Term allerdings, da kann sich keine Lösung verstecken, denn wie du bereits weißt, besitzt solch eine Exponentialgleichung keine Lösungen. Also bringst du bei der anderen Gleichung die 5 rüber auf die andere Seite und erhältst t ist gleich 5 Minuten. Alternativ kannst du dir auch die Flächen zwischen dem Graphen und der Zeitachse angucken. Liegt diese Fläche nämlich unterhalb der x-Achse, also im negativen Bereich, dann verringert sich das Volumen. Liegt ein Abschnitt oberhalb der x-Achse, ist die zugehörige Fläche positiv, das Volumen nimmt zu. An einer Grenze zwischen solchen Teilflächen muss die Wassermenge ein Minimum oder Maximum besitzen. Nach 5 Minuten ist die Zuflussrate also Null, es fließt weder Wasser ab, noch kommt etwas hinzu. Für einen ganz kurzen Moment würde sich Ducky nicht bewegen. Und doch weiß unsere Ente mit dieser Rechnung noch nicht, ob das nun der maximale oder minimale Wasserstand ist. Der Graph der Zuflussrate hätte ja auch gespiegelt sein können. Somit würde zuerst Wasser hinzukommen und danach abfließen. Ducky wäre zwischendurch auf einem Maximum. Es fehlt also ein rechnerischer Nachweis für das Minimum. Wie aber unterscheidest du mithilfe deiner Funktionsgleichung zwischen diesen beiden Fällen? Denke mal kurz ein paar Sekunden selbst drüber nach. Worin unterscheiden sich die beiden Graphen an der Stelle t ist gleich 5 Minuten? Eine Möglichkeit wäre es, den Anstieg der Funktionen an der Stelle zu betrachten. Unsere richtige Zuflussrate hat dort nämlich einen positiven Anstieg. Die vermeintlich falsche Zuflussrate einen negativen. Wie man den Anstieg an so einer Stelle berechnet, das weißt du bereits. Du bildest zunächst die erste Ableitung F'. Das ist hier sicherlich nicht ganz einfach, weil du hier die Produkt- und Kettenregel benötigst. Wie dieses Bilden der Ableitung dann aber genau funktioniert, das zeige ich dir nicht in diesem Video, es sprengt einfach den Zeitrahmen. Falls du es dennoch verstehen möchtest, dann schau in diesem kleinen extra Video vorbei. Da besprechen wir die Ableitungen Schritt für Schritt, ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Sobald die Ableitung fertig ist, setzt du für jedes t einfach die 5 Minuten ein. Das Ganze musst du nur noch zu Fuß oder mit dem Taschenrechner zusammenfassen und erhältst am Ende einen Wert von plus 0,61. Einen positiven Anstieg. Die Änderung der Zuflussrate wird größer, nicht kleiner. Ein Minimum und kein Maximum. Die zweite Möglichkeit bezieht sich auf einen Vorzeichenwechsel der Zuflussrate. Die aus dem Originalgrafen besitzt nämlich zunächst negative Werte, endet aber an der Stelle 5 ihr Vorzeichen hin zu positiven. Ein Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus. Bei der falschen Zuflussrate ist es genau umgekehrt. Sie hat zuerst positive Werte und wechselt bei 5 Minuten in den negativen Bereich. Ein Vorzeichenwechsel von Plus zu Minus. Rein rechnerisch musst du diesen Vorzeichenwechsel mit Stellen links und rechts von den 5 Minuten begründen. Beispielsweise bei 4 und bei 6 Minuten. Beide setzt du in die Funktionsgleichung der Zuflussrate ein und erhältst zwei Ergebnisse. Nämlich einmal – 0,67 m³ pro Minute und einmal 0,55 m³ pro Minute. Die Zuflussrate ändert ihr Vorzeichen also von Minus zu Plus. Vorher muss Wasser abgeflossen, später reingepumpt sein. Ducky ist auf einem Minimum. Etwas einfacher im Verständnis und schneller im Animieren und Rechnen ist der Zeitpunkt der stärksten Wasserzunahme, wofür wir die Pfeile vom Anfang nochmal zurückholen. Jeder einzelne Pfeil gibt an, wieviel Kubikmeter pro Minute in den Pool fließen. Mal wird mehr, mal weniger Wasser in den Pool gepumpt. Am meisten Wasser fließt natürlich dann in den Pool, wenn der Pfeil am längsten ist. Das scheint ungefähr hier zu sein bei ca. 15 Minuten. Längster Pfeil heißt größter Funktionswert. Du musst also nur das Maximum der Zuflussrate bestimmen. Das funktioniert aber so, wie du es in der Differentialrechnung kennengelernt hast. Du benötigst beide Ableitungen. Die erste zur Berechnung der Extremstelle, die zweite zum Nachweis der Extremer. Und hier erneut der Hinweis, schaue im extra Video nach, falls du wissen möchtest, wie diese Ableitungen entstehen. Wie üblich setzt du dann die erste Ableitung zunächst 0 und löst die zugehörige Gleichung. Einer der beiden Faktoren muss erneut 0 ergeben, wobei die Nullstelle nicht in der Gleichung mit dem E-Term liegen kann. Du bringst die 15, also rüber auf die andere Seite und da ist sie dann auch, die Extremstelle, die wir grafisch bereits gefunden haben. Für den Nachweis des Extremums setzt du diese 15 in die zweite Ableitung ein, F2' von 15. Rechnest das alles mit dem Taschenrechner aus und kommst auf ca. 0,02. Der Wert ist kleiner als 0, bei t gleich 15 Minuten liegt also ein Maximum. Zur Berechnung dieser maximalen Zuflussrate dann noch die 15 in die Originalfunktion einsetzen. Den Taschenrechner erneut um Hilfe bitten und du bist am Ziel. Ok, von der Differentialrechnung und den Ableitungen nun hin zu Integralen und deren Bedeutungen und zwar genau diesem einen hier. F von t, das ist unsere Zuflussrate, die in Kubikmeter pro Minute angegeben wird. Das dt hingegen, das ist eine winzig kleine Zeitspanne in der Einheit mit Minuten. Wenn du im Integral also Zuflussrate und Zeitspanne multiplizierst, dann multiplizierst du auch Kubikmeter pro Minute mit der Minute. Die Zeiteinheiten kürzen sich raus und es bleibt nur Kubikmeter übrig. Der Wert des Integrals gleicht also einem Volumen oder besser der Änderung eines Volumens. Dazu aber gleich mehr. Geometrisch entspricht das Integral der Fläche zwischen der Zeitachse und dem Graphen zwischen 0 und 5 Minuten. Genau dieser hier. Und diese –10,65 die deutest du am besten so. Zwischen 0 und 5 Minuten hat sich das Volumen um 10,65 Kubikmeter verändert. Das Minuszeichen deutet an, dass es weniger geworden ist. Wasser ist aus dem Pool abgeflossen. Wenn man also auf einer zweiten y-Achse die tatsächliche Wassermenge im Pool abträgt, dann muss man als allererstes den Anfangswert kennen. Auf welches Volumen hat sich Ducky ganz am Anfang gepflanzt? Wie viel Wasser war zur Zeit t ist gleich 0 im Pool? Als Vorgabe sollen das jetzt mal 11 Kubikmeter sein. Nach 5 Minuten sind dann aber bereits 10,65 Kubikmeter abgeflossen und schwuppdiwupp nur noch 0,35 Kubikmeter im Pool. Entscheidend ist aber dieses Anfangsvolumen. Wenn zum Anfang ca. 41 Kubikmeter im Pool sind, fließen immer noch 10,65 Kubikmeter in den nächsten 5 Minuten ab. Mit dem Integral beschreibst du also tatsächlich nicht das Volumen am Ende der 5 Minuten, sondern nur die Änderung innerhalb dieser 5 Minuten. Ab Minute 5 strömt wieder Wasser in den Pool. Die Gesamtänderung des Volumens wird etwas größer. Nach etwa 12,6 Minuten ist die Gesamtänderung dann ca. 0. Das was vorher abgeflossen ist, ist nun wieder hinzugeflossen. Die Fläche unterhalb der X-Achse ist genauso groß wie die Oberhalb. Ducky wieder auf seiner Startposition. Im weiteren Verlauf strömt nun noch mehr Wasser in den Pool. Die Gesamtänderung wird positiv. Zum Ende hingegen wird die Zuflussrate in Rot immer kleiner, bleibt aber positiv. Es strömt also immer weniger Wasser in den Pool und unsere gemütliche Ente gleitet stetig, voller Freude, immer langsamer nach oben. Im krönenden Finale kommt nun alles zusammen, wenn du zu einer gegebenen Zeit t das Wasservolumen im Pool bestimmen sollst. Notwendig, wie eben erwähnt, ist dazu das Anfangsvolumen, welches wir auf 11 y-Achse abtragen. Mit diesen 11 Kubikmetern ist die Funktionsgleichung für das Volumen v von t tatsächlich eindeutig festgelegt und soll abschließend bestimmt werden. Wir suchen also eine Funktionsgleichung, in die man lediglich die Zeit t in Minuten einsetzen muss, um das Volumen in Kubikmeter zu erhalten. Also genau die Zahl, die auf der linken Seite neben der Klammer immer größer wird. Aus der Zuflussrate wird somit das Volumen rekonstruiert und das funktioniert mit der Stammfunktion. Diese wird dir bei e-Funktionen aber meist vorgegeben. Hier ist es genau diese. Doch Vorsicht! Das ist noch nicht die Funktionsgleichung für das Volumen v von t. Nachprüfen kannst du das ganz leicht, indem du für t die 0 einsetzt, mit der sich das Anfangsvolumen ergeben müsste. Da kommen aber minus 50 Kubikmeter raus, statt den geforderten 11 Kubikmetern. Die gegebene Stammfunktion f von t ist aber auch nur eine Stammfunktion der Zuflussrate. Bekanntlich gibt es davon aber unendlich viele, die sich alle nur durch eine additive Konstante c unterscheiden. So auch die für das Volumen v von t. Mit der Bedingung, dass zum Anfang dann genau 11 Kubikmeter enthalten sein sollen, bestimmst du diese Konstante c recht einfach. Die 50 rüber auf die andere Seite und schon erhältst du c ist gleich 61. Et voilà, die Funktionsgleichung für das Volumen v von t ist nun die gegebene Stammfunktion f von t plus diese 61 hinten dran. Am Ende denke ich, dass es Ducky in unserem Swimmingpool besser gefallen hat, als auf dem großen, weiten Meer. Dieses ständige Schaukeln, das ständige Hoch und Runter, das macht irgendwann jede Ente mürbe, egal wie cool sie ist. Mit der Zuflussrate des Pools hingegen geht es etwas gemächlicher. Zunächst verändert sich der Wasserstand in den ersten 10 Minuten relativ rasant. Aber sobald Ducky diese Phase überstanden hat, gleitet sie ziemlich langsam und entspannt nach oben. Von dort kann sie endlich die Aussicht über den Rand des Pools genießen, zu Ruhe kommen und dank der Integralrechnung glücklich weiterleben. Von dort hast du dich, wie schön sie nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020